Grüß mal! Feuerwehr, nicht vergessen! Ja, dann passt es. Und schon ein nächster Unfall. Und dann ist es voll verantwortlich. Ja, weil hier sind das ja schon keine Taschenkasse. Das ist ja noch das Schlau. Nein, aber wir haben uns dagegen gespürt. Irgendwas zufallen. Auf der Autobahn nicht. Wir sind gleich auf der ersten Straße. Schädel ist so. Das ist Video. Das ist Video. Khaled. Khaled. Ja? Guck mal. Lass mich kurz zum Termin, bitte. Ja, ich spreche. Ich streiche die Leute. Ja. Da musst du den Hügel aber nicht streichen. Sehr schön. Alles gut. Alles gut. Kaffee, ich spür mich. Alles gut. Aber ich spür mich nicht. Danke. Das ist auch klar.